Ich begrüße euch zu meinem 16. Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Migration. Es gibt durchaus viele Gründe, aus denen sich Menschen eine neue Heimat suchen. Kriege, Hungersnöte und klimatische Veränderungen sind davon die häufigsten. Neben diesen nachvollziehbaren Gründen gibt es aber auch Menschen, die den Vorwand der Flucht für ein Wunschkonzert missbrauchen. Um dieser Thematik gerecht zu werden, müssen wir die Begrifflichkeiten Arbeitsmigration, Einwanderung und Asyl trennen und verdeutlichen. Asyl bekommen nur Flüchtlinge, das heißt Menschen, die vor Krieg oder Verfolgung fliehen oder die, sobald der Flüchtlingsgrund nicht mehr existiert, wieder nach Hause fahren. Asylberechtigt sind jedoch nur Personen, die nicht aus einem sicheren Land nach Deutschland einreisen. Da Deutschland umzingelt ist von sicheren Ländern, dürfte momentan niemand in Deutschland asylberechtigt sein, zumindest wenn man sich an die Gesetze hält. Jeder bewilligte Asylantrag ist somit ein Zeichen der Großzügigkeit unseres Landes und keine Selbstverständlichkeit. Arbeitsmigration ist für Fachkräfte aus anderen Ländern, um unsere Wirtschaftskraft zu erhalten. Bei der Arbeitsmigration sollte, sofern wir keine eigenen Fachkräfte mehr im eigenen Land haben, erst innerhalb der EU gesucht werden, dann in Kontinental-Europa und erst dann in Ländern außerhalb Europas. Zu berücksichtigen sollte immer sein, wenn wir eine Fachkraft aus einem anderen Land bei uns aufnehmen und beschäftigen, dass wir dem Land, wo die Fachkraft herkommt, dieser Fachkraft entziehen. Egoismus ist hier nicht angebracht. Es ist unvernünftig, jemanden bei uns zu beschäftigen, der im eigenen Land gebraucht würde. Eine frühzeitige Suche im eigenen Land nach Auszubildenden für einen Fachbereich sollte der Migration immer vorgezogen werden. Der letzte Begriff ist dann die Einwanderung. Das Ziel der Einwanderung wird seit mehreren Jahren für das kulante Asyl missbraucht. Es kommen Menschen nach Deutschland, die nicht vor Krieg oder Verfolgung fliehen, aber dennoch den Asylstatus anstreben. Sind sie erstmal hier, wird versucht ein dauerhaftes Bleiberecht zu bekommen. Allein das Betreten von deutschen Boden unter falschem Vorwand, mit gefälschten Papieren oder ohne Papiere, sollte schon ein Abschiebungsgrund sein. Wenn jemand einwandern will, muss er sich und seine Familie aus eigener Kraft ernähren können. Eine Einwanderung in unser Sozialsystem ist entschlossen abzulehnen. Zudem sollte der Antrag auf Einwanderung gestellt werden, bevor man sich auf den Weg nach Deutschland macht. Zum Beispiel in einer deutschen Botschaft im eigenen Land. Grundsätzlich müssen wir immer wissen, wer sich auf deutschem Boden aufhält. Wenn jemand wirklich asylberechtigt flieht, soll er auch in Deutschland die zeitweise Hilfe gewährt bekommen. Asylbewerber sind nicht in die Gesellschaft zu integrieren, sondern auf die Rückreise, sobald der Asylgrund wegfällt, vorzubereiten. Arbeitsmigranten und Einwanderer, sofern alles ordnungsgemäß lief und genehmigt wurde, müssen selbstverständlich integriert werden. Das Wichtigste im Rahmen der Integration ist das Erlernen der deutschen Sprache. Zudem muss in einem Integrationskurs unterrichtet werden, wie sich in Deutschland rechtlich und kulturell verhalten wird. Wer nicht jeden in Deutschland, unabhängig welchen Geschlechts, mit demselben Respekt entgegentritt, kann nicht mit einem dauerhaften Bleibrecht rechnen und muss nach gewisser Zeit mit seiner Abschiebung rechnen. Sofern nicht in Deutschland geboren, sollte nur der Anrecht auf Sozialleistungen haben, der mindestens 10 Jahre in unsere Sozialkassen eingezahlt hat. Asylbewerber bekommen nur Sach- und keine Geldleistungen. Schließlich wird das alles von unseren Steuern gezahlt. Ein Video zum Thema Steuern findest du oben unter dem i. Zum Thema Soziales und Arbeit wird es ein gesondertes Video geben. Wer sich in Deutschland als Arbeitsmigrant oder Einwanderer anständig integriert hat, soll selbstverständlich auch die Gelegenheit bekommen, eine Einbürgerung zu beantragen. Dieser Migrant muss sich aber entscheiden, ob er die deutsche Staatsbürgerschaft will oder an seiner vorherigen festhalten will. Doppelte Staatsbürgerschaft ist abzulehnen. Kinder von Migranten haben immer die Staatsbürgerschaft eines Elternteils. Kinder können mit einem Elternteil mit eingebürgert werden. Jede erteilte deutsche Staatsbürgerschaft sollte 15 Jahre auf Probe sein. In der Zeit darf der eingebürgerte Migrant strafrechtlich nicht in Erscheinung treten. Um dieses sicherzustellen, muss es umfassende Grenzkontrollen geben. Niemand darf deutschen Boten betreten, der nicht an der Grenze registriert wurde. In dem Sinne ist es wichtig, dass auch medizinische Kontrollen stattfinden, bevor unser Land betreten wird. Seit dem Zustrom von Millionen Menschen sind Krankheiten in Deutschland aufgetaucht, die man besiegt glaubte. Vermeidliche Flüchtlinge aus kontaminierten Regionen, zum Beispiel beim Coronavirus, würden ohne Kontrolle die Grenze übertreten und die Bevölkerung gesundheitlich in Gefahr bringen. Man weiß nie, ob ein kontaminierter Bereich durchquert wurde oder einer der Wanderer vielleicht sogar infiziert ist und dadurch weitere angesteckt hat. Nicht vergessen, es gibt EU-Staaten außen, sprich wo vermeidliche Flüchtlinge europäischen Boden betreten, die kontaminiert sind. Wer in Deutschland dauerhaft leben will, muss sich an unsere Gesetze halten und sich diesen unterwerfen und unsere Lebensart akzeptieren. Wer das nicht kann oder dazu nicht willens ist, hat dauerhaft in Deutschland nichts zu suchen. Es ist sicherzustellen, dass jede Art von Missbrauch, was sich einem Betrug gleichstelle, nicht honoriert wird, sondern zur Abschiebung führt. Straftäter gibt es in allen Nationalitäten. Wer jedoch in Deutschland als Migrant zu Gast ist und kriminell wird, hat das Land zu verlassen. Wer sich an unsere Gesetze hält, kann gerne bleiben. Jetzt gibt es Bürger, die bereit sind, für Zuwanderer und Asylanten zu bürgen. Wenn jemand eine Bürgschaft unterschreibt, um seiner Überzeugungen treu zu bleiben, so sind im Fall der Zahlungspflicht auch die Bürgschaften einzulösen. Wer aus Überzeugung eine Bürgschaft unterschreibt, kann auch aus Überzeugung zahlen. Wie seht ihr das? Schreibt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr es anders seht. Wenn euch das Video gefallen hat, teilt es mit euren Freunden und gebt mir einen Daumen nach oben. Ihr könnt das Video auch gerne herunterladen und in euren Kanälen erneut einstellen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch in meinem nächsten Video nächste Woche wieder begrüßen zu dürfen. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram und Twitter folgen. Euer Jörg Jörg Untertitelung des ZDF, 2020